Dieses Video habe ich als kleinen Bonus zu meinem Podcast die Hörmupfel gedreht. In der 239. Episode erzähle ich euch dann auch, was ich während meines Kurzaufenthalts in Thüringen so erlebt habe. Allerdings hat das Thema Schloss Altenstein, das ihr hier sehen könnt, nicht mehr in die Episode hineingepasst. Viel ist bei diesem Schlossaufenthalt auch nicht passiert. Wir haben uns den Park ein wenig angeschaut und ich durfte dann einmal ein paar Szenen mit einem sogenannten Gimbal drehen. Den Unterschied finde ich allerdings nicht so berauschend, dass eine Investition von ca. 150 Euro plus minus und auch das Mitschleppen eines solch störenden Gewichts gerechtfertigt wäre. Mein persönliches Fazit nennt es Gadget, aber für meine persönliche Verwendung einfach nicht geeignet. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020